Ich fände den Weg nicht, wir sind ein Monster und ich habe Angst. Ich komme gleich, Daniel. So, herzlich willkommen zur zweiten Best of Amplified Folge, natürlich wieder mit allen Vieren zusammen. Sprich Daniel, David und Tim. Hallo. Hallo. Na dann doon mir auch mal auf den Server. Der andere schläft noch, dann joinen wir auf den Server. Wir sind natürlich immer noch, hier kann ich es jetzt mal zeigen, im Snapshot 14W 30C. Ah, Creeper. Ich habe einen sehr guten Pregel zum Server, das finde ich sehr cool. Ich bin in einer Wand gespielt. Und irgendwie ist es immer noch so dunkel hier, man zindet auch nicht mehr zurück. Wow, 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 wow. Tim, wir haben auf Options, Video-Settings und dann Brightness. Jo, hast du die? Ich bin in einer Wand gespawnt. Ich bin in einer Wand gespawnt. Maximal. Du bist auf Bright. Ja. Okay. Was hast du dann? Das ist doch ganz normal. Ja, ey, ich habe es auch auf Bright und bin, ich sehe alles. Ich bin in einer Wand gespawnt und bin irgendwo. In der Frühe halt. Ja, aber da ist kein Weg nach oben. Das hat sich irgendwie zurückgesetzt. Oh, scheiße, das ist zwei Skelette. Ein paar Sachen haben sich zurückgesetzt. Oh, hier oben sind auch Skelette. Doch, scheiße. Aber ich habe schon ein bisschen Kohle und Eisen. Loll, mein, du bist ein scheiß Creeper, ich hasse sie. Oh, das ist ein Enderman, Enderman. Echt? Zwei Enderman, nein, Skeletten und Enderman, weh. Oh, hier ist ein Enderman und ein, ne, 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 Dings. Oh, zwei Skelette, zwei Skelette. Ich mache hier mal kurz Pause und baue mir mal wieder Sachen. Wo ist meine Werkbank da? So, ich baue mir mal nämlich jetzt ein Schwert schnell. Ja, ich habe einen Bogen vom Skelett bekommen. Echt cool. Zwei Endermans und drei Creeper. Krass, also ich brauche zuerst Sticks. Wegzubauen. Ich tue die schon mal alle umcraften. Noch ein paar Sticks. Dann noch eine Pickaxe. Ich weiß nicht, warum mein Texture Pack so leicht unscharf ist. Ich habe 37 Eisen. Ich denke, das liegt am Snapshot. Der Snapshot lag bei mir auch so enorm. Das ist ein bisschen nervig. Echt? Ja. Aber ich muss mich so dran gewöhnen, an dieses neue. Aber ich habe... Ich muss neue F3, ne? Von der ZLP war es Blaulob bei Creeper. Ich tpe die nicht mehr, man darf es nicht mehr tpeen. Was passiert, wenn man tot ist? Das ist jetzt verboten. Was passiert, was? Ich mache mal ein Screenshot von den Koordinaten, weil sonst komme ich nicht mehr zurück. Ja. Was passiert, wenn man tot ist? Screenshot von den Koordinaten machen. Was passiert, wenn man tot ist? Ja, da musst du den ganzen Weg wieder laufen. Also keine Upload-Sperre, irgendwas? Nein. Okay. Wir sind ja nicht alle YouTuber, das ist ja das Problem. Aber das ist auch so schwierig, alle YouTuber zu finden. Daniel, sonst wäre... Ich wollte eigentlich so machen, dass wirklich alles Aufnahmepflicht ist. Aber das ist eben so schwierig als so kleiner YouTuber. Alles Aufnahmepflicht oder jeder muss etwas aufnehmen? Ja, alles Aufnahmepflicht. Wollte ich ja eigentlich machen, aber... Ja, wäre auch nicht schön. Alles, was man macht halt. Ähm, ich bin schon... Oder ich lege, was auch immer. Bitte, ähm, ihr könnt euch von oben runter bauen. Koordinaten 378... Ähm, und 529. Da grabt ihr euch runter, weil da ist eine riesige Höhle mit Eisen, Gold, etc. Ich baue hier gerade noch Eisen ab, David. Ja, David. Ja, ich würde überlegen. Wer ist jetzt weg? Also der Snapshot ist echt komisch. Den Airpodsblock sehe ich von der Seite, aber wenn ich von oben draufkomme, sehe ich den nicht. Ich habe ja einfach drei Zombies. Ich sehe mich gerade hier selber. Daniel, das ist alles ein bisschen schlecht. Ja, ich weiß. Oh, wir sind zwei Endermats, ich will sie töten, aber... Es heißt Enderman. Enderman. Und die Märze von Enderman, Enderman oder was? Enderman, ja. Okay. Ja, das ist kein Englischunterricht. Du bist... Du bist... Du bist... Das ist in Österreich nicht so... Das ist von mir alles. Ein Herz, ein Herz. Bei mir lebt es gerade auch, muss ich sagen. Ja, es lag echt. Nee, TP bitte, Tim, sagt da. Ich sag mal... Nee, wir haben hier kein TP. Wenn ihr so dumm seid und sterbt, ist euer Problem. Aber... Daniel, du bist auf meiner Höhe. Echt? Ahm, Pauli, siehst du mich? Ich bin auch ungefähr auf meiner Höhe, glaube ich. Ja, komm mal rechts. Deinen Namen stehe ich sogar. Ja, es kann sein, dass es nicht ganz konstant ist, weil eben dieser Snapshot noch nicht so ganz hundertprozentig... Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ich hab 12 FPS, das wollt ihr. Echt? Ich hab... Ich hab 120. Ja, ich hab jetzt auch wieder 120, aber ich hab vorhin nur noch 30 oder 50 oder sonst was. Das ist toll, ich hab jetzt ein Source-Pack, das nicht richtig optimiert ist. Jetzt hab ich einfach 115 FPS. Ja, gut. Ich spiel mit Facts und ich hab 120. Ich hab auch Specs drin. Ja, eben, ich hab auch Specs, aber jetzt hab ich's rausgehauen, jetzt läuft's wieder. Ich hab keine Ahnung. Also eigentlich in der normalen Micro-Version, in 1.10, hab ich viele. Naja, komisch. Aber ja, ist halt noch ein Snapshot, aber wir wollten eben schon diese wunderschöne, tolle 1.8 ausprobieren, was man allein schon sieht, wenn man Tab drückt, finde ich. Ja, und ich hab mir eine riesige Höhle, komm zu mir. Ja, Daniel, ich hab... Der Server ist richtig gut, finde ich, wenn man Tab drückt, sieht man bei fast jedem volle Stiche. Außer beim IT-St-Gamer, sehe ich's. Ja, da ist ein Strich weniger. Och man, was ist das jetzt? Ich hab schon wieder Frame-Einbrüche. Koordinaten 387 und minus 519, da brauchst du dich einfach runter, dann bist du bei mir. Ja, ich glaub, ich brauch mal... Ich würd gern auf die Falle. Ich hab mich runter, ich will wieder nach oben. Ey, ich bin... Ich hab mehrestens Deck Eisen. Ja, hallo, Daniel. Hallo, ich grab mich grad zu dir. Ja, ich hab einen Spitzsacke kaputt gemacht. Ich hab mehrestens Deck Eisen. Hallo. Hi. Wo gehen wir hingehen, wir zu den anderen zwei hin, oder machen wir hier was selber? Da war ich grad schon unten, hier war Lava. War cool. Oh man, ich baue hier oben mal alles ab und komme runter. Komm, Daniel, wir gehen mal hier hinten lang. Ich will aber einen Ofen. Was, ein Creeper? Lass mich den killen. Der ist leider schon. Ey, du hast ihn explodieren lassen. Bei welchen Koordinaten... Leder Maus! Bei welchen Koordinaten soll ich... Ey, da ist noch ein Creeper. Warte, geht das bit slash MSG? Ey, der leckt. Oh, hier ist ein bisschen Monster. Das leckt irgendwie allgemein. Ja. Ich sterbe. Das ist komisch. Ja. Oh, da ist noch ein Creeper. Geil, da sind drei Creeper. Wie lange es war der Aufnahme? Ah, geil. Ah, geil. 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 Es leckt einfach alles. Sieben bis acht Minuten lang. Daniel, lebst du noch? Scheiße, wenn ihr alles leckt. Nein, ich bin grad gestorben. Am Team, ich hatte die Koordinaten... Es liegt am Snapshot. Ja, klar. Gute Ausrede. Ja, kann echt sein, dass es am Server liegt. Also, wir haben jetzt eben diesen Server, wer es noch nicht mitbekommen hat. Es ist kein Nitrador oder sonst was, sondern ein billig Server. Sondern von irgendeiner... Wie heißt die Webseite? Wir wollen hier keine Werbung machen. Ich sag's lieber nicht. Wie heißt die Webseite? Wir wollen hier keine Werbung machen. Ja, also... Ne, so billig ist es jetzt auch nicht, aber es läuft doch eigentlich ganz gut. Ja, find ich aber auch. Und, also, ich muss jetzt eigentlich... Auf die YouTuber halt mal wieder, ne? Da, wo man sieht. Wir haben halt gehört anstrichelt. Wie bitte? Oh, wenn, ich muss halt wieder... Ich muss jetzt wieder mal weg. Und so, ne? Du musst was? Ich muss weg. Ja, dann müssen wir uns noch kurz fertig aufnehmen. Ja, es ist... Wie lang noch? Ja, sieben Minuten. Sieben bis acht Minuten noch. Kommt hier eben Speedrunner raus, also... Okay, also, äh, wo soll ich denn jetzt runterbauen? Ich hab dir die Koordinaten gewispert. Ähm, wie sieht's jetzt aus? Ja, da, 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 ja. Äh, Daniel? Ja? Findest du wieder zu uns? Ich schätze schon. Box halt wahrscheinlich ein bisschen, das ist ein bisschen blöd, aber... Warte, ich schreibe dir mal so, Kontenaten, wo, wie circa sind. Ich weiß den Weg noch, passt schon. Okay. Muss ich genau zu euch finden. Ich finde so zu euch, wo ich eure Namen sehe, und dann reicht's auch, Sterbe gleich schon wieder cool. Hm, es nach außen? Ja. Oh, das ist blöd. Das ist blöd. Ich frag mich, was das hier für ein neuer Block ist. Kann man nicht so abbauen? Das ist ein... Ja, das ist die... Die neue Block, hey. Die Jorut. Ey, das ist keine Ahnung, wie es ausgesprochen, weil ich hab's jetzt wahrscheinlich von behindert was bekommen. Ähm, Tim, sneak mal, wenn du das bist. Aber... Warum? Ich komm nur damit, ich weiß, ob du das bist. Okay. Am Robin, komm mal zu mir, ich glaub, das bist du. Ich sneak. Ich sneak dich wieder. Ja, komm, da, da, da. Robin, da. Schon wieder. Da, da, hinter dir. Und der Band, uh! Oh, hallo. Was? Da, wenn ich mir auch eine eis. Ja, eben, deswegen sag ich, ja, komm mit. Warum geht Dark Shadow LP jetzt auf? Bau das Eisner. Ich bin, ich bin bei euch, ich bin endlich bei euch, hallo. Hilfe, mich überraschen, tausend Mobs. Hilfe. Ja, da, kommst du runter, kommst du runter, kommst du runter. Kommst zu mir. Tim, grad dich einfach da runter. Grad dich einfach da runter. Wo bist du? Dann, äh... Halt, ja, ein Leben. Ein, mit zweieinhalb, ein, 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 ein Leben, ein, ein, ein Leben. Nein, nein. Du überlebst das. Tod. Nein. Eine Sekunde später. Nein. Oh, fuck, ich hab einen Enderman angriffen. Robin! Robin, schnell, verbarrikadieren, komm rein, komm rein, komm rein. Yo, was, warum ist die Welt? Das wird nicht, komm hier nicht gut. Ja, okay. Also dann, ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tim. Ich bin jetzt leider gestorben. Tim, warum? Ich hab mir gesagt, ich stehe hier auch noch nicht. Warum muss man dann die Folge beenden? Nein, ja, frage ich mich auch gar nicht. Nee, muss man nicht, aber, ja. Gute Ausrede. Er hat gestorben. Bitte, Robin, komm mit, dann mach ich dir Eisenrüstung. Das ist die nächste Frage, das hat ich mir einfach so. Ja, du musst, ich muss jetzt auch aufhören. Ja, dann bist du halt schon mal weg. Ja, also ich bin jetzt eh am Spawnen, bin eh langweilig. Naja. Warte, Robin, ich crafte die ganze Rüstung. Ich hab zu viele Monster, sterbe. Ich hab zwei Herzen, dann kann ich nicht mehr springen. Robin, schau mal, stell dich mal in mich, bitte. Weil alle schon Treffs haben. Der Olympi ist ein Zeh immer mit so einem Schlaf, oder alle? Ja, wir haben ja nicht. Hast alles? Ja. Du, dein Schaf. Aber hier hab ich ein Schaf essen bekommen, geil. Ja, man... Hä? Warum hat mich das grad nicht geheilt? Stirb, Schaf. Schafe bringen ja jetzt ein Ding, ne? Ja. Und Hasen auch, oder? David, mein Inventar ist leider voll. Ja, meins auch, deswegen. Also. Stirb, Schaf. Robin, das schaue, ja. Ja, bleiben wir vorerst mal hier, oder wie machen wir's? Ja, ich mach immer ein Screenshot von der Base. Ja, mach mal. Ich hab euch gleich gefunden. Sehr cool. Ich craft mir noch ne Truhe. Ich sterbe. Sollen wir dich retten, David, Daniel? Ich seh euch, aber ich weiß nicht, wie ich da runterkomme. Soll ich mich hochbauen zu dir? Weil du hast, du hast doch keine Spitzhacke, oder? Ja. Aber er kann ja unseren Weg, also wenn er... Mann, das sind voll viele Monster im Weg. Soll ich kommen? Nein, du überle... Nein! Tim suffocated in a wall. Oh man, Kies ist wieder. Ich hasse Kies und Sand und alles. Robin, ich geh mal Goldfarmen, weil jetzt haben wir ja the Crip. Ja. Goldfarmen? Haben gleich Gold. Weil ich Eisenspitzhacke habe und Gold für einen Goldapfel wichtig ist. Ähm... Ich fände den Weg nicht. Ich bin ein Monster und ich hab Angst. Ich komm gleich, Daniel. Ich bring dir ein Eisenschwert mit, okay? Lor, in dieser Höhle spawnst so viele Endemans. Drei Endemans gespawnt. Endemans. Endemans. Endemänner. War ein Creeper. Lor, ich bin einfach wieder da. Da hängt eine Spinne in der Wand. Ja, ich hab Enderperle. Da hängt die Spinne an der Decke. Ich bin wieder da. Ich mach's langsam vorbei. Robin, wir kommen bald ins End, ich hab' ne Enderperle. Echt? Ähm, wo, 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 Daniel, wo bist du denn? Kannst du mir mal irgendwie Koordinaten oder sowas sagen? Bin wieder da. Könnt ihr bitte, ähm, seht ihr das Loch? Könnt ihr da bitte drunten irgendwie Wasser hinmachen? Loch? Seht ihr das Loch, wo, ich hab mich mal... Okay, ich muss nochmal neu laufen, ne? Warum? Wurde grad von einem Skeletten abgeschüttet. Oh, fuck. Ah, scheiße. Ja, das ist nicht so schön. Ich disconnecte, weil zu viele Mods da sind. Also ich bin wieder bei unserer Base, ich muss mich nur noch unterbauen. Tim, ich kann dich deffen, wenn du... Ich bin... Was? Achso, du musst jetzt aufhören, ne? Ja, also dann... Robin, zieh' genug die Luft. Was ist deffen? Äh, dich beschützen. Ja, okay. Ne, also ich bin jetzt dann schon mal weg und ihr könnt weitermachen. Also dann, ciao. Ja, ciao. Ciao. Robin, zwei Minuten noch. Zwei Minuten. Ja, ich seh's aus von der Aufnahmezeit her. Ich komm voll nicht, ne? Komm, ich schaff das nicht mehr zu euch. Ja, Daniel, ich müsste dann hochkommen und dich, ähm... Ja, ab zweiter in der Perle. Beschütz'n. Ich muss dich aufpassen, ja. Komm mal hoch, bitte. Ich komm hoch, ich komm hoch. Ich bin wahrscheinlich jetzt dann wieder da, aber jetzt reg'n's auch noch. Ich hab sogar ein Eisenshirt für dich dabei. Cool. Warte, Robin, nimm mal Eisen. Hast du auch Essen für mich dabei? Robin, nimm mal Eisen rüstig. Das ist so viel, wie's geht. Ja, kann ich machen. Das werde ich mich dann noch brauchen. Ja, eben. Deswegen. Dass ich dann mal cool bin. No, im neuesten Snap, schau, schau, blocketen so richtig komisch aus. Komm. Ja, mach mal. Da blockst du fast nur. Warten sie, warten sie. Oh, what the beat? Also, ich find's ja schon cool, wenn wir in der zweiten Folge schon Dias finden würden. Ich find's auch richtig cool. Jetzt stellt man nicht so große Ansprüche, ja. Daniel, ich komm. Ähm, Robin, schau mal auf, was für Höhe wir uns befinden in dieser Höhle. Äh. Also, ich bin jetzt ganz unten. Da bin ich auf Höhe. Ich kann es nicht sehen. Oh, nein. Wo steht das? Alter. Es ist neben der... Ach, du Scheiße. Es ist neben der... Neben dem Blockkoordinat. Die ganze Welt ist abgeschnitten. Schankfehler ohne Ende. Was, echt? Ja. Neben was? Daniel, David, was? Nein, es ist neben der... Also, X, Y, Z. Die drei Koordinaten stehen jetzt nebeneinander. Ach so, 33. Ja, und ich bin jetzt schon bei der Höhle, wo es aufhört, etwa für Höhe 12. Krass. Oh, und das Lavasee. Wo, 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 wo. Ähm, das ist sehr blöd, Daniel. Ich komme jetzt wo, okay. Ja, ähm, ich hab... Hab jetzt mal ins Kinschöpfer in den Chunkfehlern geschickt, ne? Das ist eine Spinne. Nein. Diesmal schneller als ich. Wenn du Sprintjumpst nicht. Hm, hm, sprinten. Sprinten. Sprintenlosig bist du, sprinten. Das was kennst du nicht mal, oder? Na, wahrscheinlich nicht. Ach, nee, meine Spitzhack ist gleich, aber ich hoffe, ich kann mehr eine Kraft. Ich hab jetzt auch mal... Robin, zwei Enderperlen, das ist schon sehr gut. Zu viele Monster, komm jetzt hoch, Robin. Ja, bin ich ja schon dabei. Ich muss ja auch gegen Monster kämpfen. Du gehst irgendwo hoch, wo ich nicht hochgehen kann. Warte, ich komme ja gleich schon hoch. Siehst du mich schon irgendwie, mein Name? Ja! Echt? Ja, da ist gerade ein Kühlpferl explodiert, warum auch immer. Ich seh deinen Namen, ich bin jetzt genau über dir, fast. Echt? Ich seh deinen Namen auch nicht. Doch. Ich grab mich so hoch, ne? Oh nein! Nein! Bau dich ein, bau dich ein. Oder bau dich nach oben. Ja, ich bin doch bei dir. Wo denn? Ich würde sagen, wir machen noch eine Minute und dann Aufnahme. Oh, ich bin oben, ich bin oben da, ich seh dich irgendwie, darfst du. Wenn jetzt ein Monster kommt, dann bin ich in der Laber und bin rot. Wo bist du? Bin bei dir. Hä? Ich bin bei dir. Wo bist du? Ich steh neben dir. Lahl! Warte mal. Vielleicht, weil du gestorben bist. Ich hab dich einfach nicht gesehen. Ja, weil er gestorben ist. Aber ich würde sagen, Aufnahmeschluss. Nein. Wir laufen jetzt noch kurz zu unserer Base, bitte alle. Und ich brauche Essen. Ach so, ja. Was scherbe ich? Okay, dann wird die zweite Folge eine längere Folge. Die wird leider ein bisschen länger, aber es war auch eine tragische Rettungsaktion. Dankeschön. Bitteschön. Das hat zwar fast alles nicht ich gefahren, aber egal. Hier geht es runter, ne? Ja, Teamwork. Hier geht es runter. Ja, Teamwork. Jeder macht was. Ja, ich hab den Daniel gerettet. Und der David farmt für uns und der Tim, ja. Der Programmier-Server. Creeper! Hier ist ne Base. Ich hab ne Base gefunden. Ich hab ne Base gefunden. Ich hab ne Base. Einfach ein Creeper-Captor. Ja, ich hab ne Base gefunden. Mach mal was, was wir schon alles schön sagen. Boah. Boah. Jemand hat, glaub ich, meine Sachen gefunden. Ja. Das ist komisch, ne? Ich kann jemand noch ein bisschen... Ich komm jetzt noch zu euch hoch und dann... Kann ich irgendwas noch abgreifen? Eine Aufnahme. Eine Aufnahme. Eine Aufnahme. Eine Aufnahme. Eine Aufnahme. Ja, was soll ich euch aber Lava immer machen? Creeper! Wow. Ich mach von... Ich mach jeden von euch in Lava. Creeper! Ich komm jetzt nicht wieder. Creeper? Ja, der hat jetzt ne Eisenrüstung, der hat das jetzt nicht so einpascht. Ah, ich komm hoch und dann bänden wir die Aufnahme mal. Ja, würd ich auch sagen. Spinnen! Creeper! Wuuu! 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 Geht richtig ab hier. Jetzt ist nur mehr die Frage, wo geht's hoch? Boah! Ey, hier ist ne Spinne, hier ist ne Spinne! Boah! Robin, da unten, schau mal mit, schau! Da unten! Warte! Wo war's denn? Komm mal kurz mit dann! Ja, warte! Spinnen! Zum... Ey, du Mann, du Christ... Oder machen wir dann noch eine Aufnahme und zeig es dir dann. Ja. Ja, okay. Ey, das ist ein Endermann! Ich hab's sogar schon fucken bekommen. Robin, ich hab nen Lava immer für dich. Cool. Okay. Ja. Ich hab nen Endermann getötet. Ja, ich hab auch schon drei getöteten und zwei Enderpellen bekommen. Den musst du angeben. Warum gibst du immer an? Ahm! Daniel, ich hab für dich... Ey, das ist ein Slime! Ich hab für dich... Ja, killen, vielleicht kann man da noch Pfeile bauen. Ich hab für dich nen Lava immer in der Kiste. Okay, danke. Ja. Eigentlich richtig cool, was wir jetzt schon alles bekommen haben. Ja, wir haben schon was dazu Enderpellen. Ahm, Robin, ein fast kaputter Bogen. Na, lassen wir den Bogen drinnen und so. Ja, würd ich auch sagen. Den Bogen können wir uns drinnen machen. Ja, eh. Mein Bogen, äh... So, ich würd sagen, jetzt müssen wir langsam... Oh, ich wollt grad ne Tür aus der Erde bauen. Ja, Robin, mach doch die Tür und dann... LOL, man bekommt drei Türen! Hä, echt? Wo ist die Snapshot? Ist ja cool. Warte, lass mich nochmal... Haben wir noch andere Holzarten, dann könnten wir ne andere Tür machen. Ja, wir haben, glaub ich... Fichtenholz. Ey, warum baust du's zu? Da oben, sonst könnt... Mach doch wieder Auftritt. Die Kriste kann man nicht öffnen. Hä, ich sehe dich nicht. Ja, sag ich ja, das war komisch. Mach mal ne andere Tür, ne? Ciao, dann machen wir's eben so. Oder ich schau, ob das schon geht, ne? Mit den anderen Türen. Nein, geht noch nicht. Nein, ich kann vergiften. Also mit den anderen... Was hast du jetzt gefressen? Okay, okay, dann... Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao! Tschüss! Haut rein! Tschüss! 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 Tschüss!